Willkommen zu einer neuen Session. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir jetzt wieder hier rumstehen. Ich dachte, er hat er im Lüftungsschacht gespeichert, aber anscheinend nicht. Was ist das denn eigentlich? Okay. Gut, wir machen jetzt weiter in den Untergrundlabyrin. Ach, jetzt watschelt er wieder rum. Dann müssten wir, ansonsten könnten wir noch hochkriechen. Die Munition hätte ich da hinten gern, ey. Um... 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 Untertitelung. BR 2018 Die Munition haben wir, sehr gut. Oh, ein Schlichter, ne klasse. Wenn ich den jetzt mal noch sehen würde... Da. 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 Das war's für heute. Oh, fuck. Ach, du kacke, noch je nach. So, ich vermute mal, wir müssen mit dem Ding auch Headshots verteilen. So, jetzt müsste doch bald der Wahl kommen. Und dann das Aquarium und dann weiß ich gar nicht, ob noch weitere Bewohner überhaupt kommen. Ähm, war ja nicht irgendwo Munition versteckt eben? Da. Hey, hab ich eben nochmal ein E gesehen? Nee. Okay. Ha! Ha! Ich überlege gerade, kam das Aquarium vorher oder nachher, weil Aquarium wird immer richtig hart. Der Wal. Ja, klasse. Kannst du mal? Danke. Wie ich das hasse, dass der nicht aufsteht. Das hat uns gerade den irgendwelchen Kill versaut. Okay, sehen wir irgendwo Munition. Eventuell. Dass man den Wal nicht fotografieren muss, ist mir aber auch echt ein Witz. Was ist das? Oh, das ist schon der Bewohner. Okay. Den haben wir letztes Mal auch gerade so noch besiegt bekommen. Oh, ich habe kaum noch Munition für das Ding. Das Ding ist. Ah. Das war's für heute. Die haben da 100 pro CD mit irgendwas vom Wal infiziert worden. Ey, wie du marschierst jetzt da hin? Weil wenn der in der Ecke bleibt... Äh, er sollst in der Ecke bleiben, alter. Ja, brav. Dann können wir den umgehen. Sieg gut aus. Und jetzt müsste doch die Fähre oder was auch immer da ist kommen, ne? So, jetzt achte ich mal hier drauf. Okay. 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 Do you? Juuu. Na dann. I don't know. Oh, ein Bart. Das ist aber schön. Äh, hallo, danke. So, jetzt sind wir, glaube ich, in den Wohnquartieren angekommen. Okay. So, jetzt sind wir, glaube ich, in den Wohnquartieren. So, wie sind wir denn jetzt aufgestellt? Ja, das ist nicht so doll. Davon haben wir jetzt erstmal ausrechnet. Ach, das ist der Teppich. Gott. So, hier war ein Medi-Pack. Sonst nichts. Das ist der Teppich. Das ist der Teppich. Jürgen-Tag. Zwei mehr Pistolen-Munition. 49 Schuss mittlerweile so rechts war ein Schlichter Mist Das hat sich auf jeden Fall im Austausch dafür gelohnt Ich brauch mal kurz einen Speicherpunkt weil ich gleich mal die Aufnahme unterbrechen muss Wäre schön, wenn gleich einer käme So, sehr gut In der nächsten Folge geht's weiter Spitz, aber da geh mich bis den E